Ich zeige euch heute, wie YouTuber in Hardcore-Videos cheaten. Und dafür erstelle ich mir erstmal eine neue Hardcore-Welt, damit ihr seht, dass ich nicht lüge. Wir sind jetzt in der Welt angekommen und es ist Minecraft Hardcore. Das könnt ihr sehen, Leute. Wenn ich im Chat jetzt mal slash GameModeCreative eingebe, dann geht das nicht. Wenn wir jetzt aber auf Escape gehen, dann auf Open to Learn und dann hier einmal klicken auf Cheats erlauben. Hier dann Start Learn World und auf einmal können wir jetzt den GameModeCreative benutzen. Und schon bin ich in einer Minecraft Hardcore-Welt im Creative-Modus. Und deswegen kann man sagen...